Ich bin Reto und habe den Master in Data Visualisation an der Fachhochschule Graubünden gemacht. Nach Abschluss des Studiums ist man in der Lage, die generierten Daten, die in vielen Unternehmungen bereits vorhanden sind, zu analysieren, zu interpretieren und visuell darzustellen. In meinem Berufsalltag ermöglicht Datenvisualisierung das Erheben von Statistiken und das Generieren von autonomen Entscheidungsfindungsprozessen, die für die künstliche Intelligenz verwendet werden. Damit bieten wir einen Mehrwert, der heute schon in vielen Betrieben notwendig ist.